Hallo, mein Name ist Muzuk, ich bin ein gesamtes Kunstwerk und eine Kulturwurzschafterin für euch. Ich mache Kunst und ich lebe tief drin. Lieber Kimchi, Kimchi kann ich jeden Tag essen, Kartoffeln nicht. Oh, das ist sehr schwierig. Ich liebe Charlottenburg hier, fühle ich mich wohl, aber Saul ist so aufregend. Tum, absolut. Ich bin Macherin, ich tue, aktiv. Wenn ich träume, dann diese Träume wahr zu werden, muss ich wieder tun. Tun ist viel wichtiger. Ich bin sehr pragmatisch, sehr vernünftig, aber in der kreativen, fantasievollen Welt. Bis bald. Annyeong.